Ja, und ihr seht jetzt einen Vorführeffekt. Hält mich doch am Arsch. Ach, äh, äh, ja. Ich habe mich jetzt trotzdem verbunden. Leute, so kann ich doch nicht arbeiten. Na, spielen deine Handys, iPhone oder Android, mit deinem Wohnmobil-Navi auch noch über Kabel, musst du immer anstecken, um die Dinger zu verbinden. CarPlay, Android Auto, ich habe da was. Servus, ich bin Frank aus München und fahre diesen großen Bürstner. Ja, und der hat ein schönes Navi. Was für eins, das verlinke ich euch hier oben. Alpine Ine F904, glaube ich. DC Ducato Camper, egal. Und das kann einmal sich mit einem iPhone verbinden, mit CarPlay und beherrscht aber auch Android, Android Auto. Jawohl, ich habe zwei Handys. Also das hier ist gebrauchtes, so für 70 Euro. Habe ich mir mal zugelegt, um eine Software zu testen, die Rücksicht nimmt auf dreieinhalb Tonnen und gewisse Maße. Das kommt eventuell später noch. Ja, und bisher war ich da immer recht mit zufrieden. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, diese Kabelansteckerei war immer ein bisschen lästig. Zumal ich einen Handyhalter habe, auch den verlinke ich euch hier oben, der über die Qi-Ladefunktion magnetisch das Handy auflädt. Dann kam noch der Strom über den Anschluss, über diesen Lightning-Anschluss dazu. Das Handy wurde warm und es wurde doppelt geladen, musste ich nicht unbedingt haben. Ja, und im Rahmen meiner China-Gadgets-Serie, da findet ihr am Ende die Playlist, da habe ich vorgestellt den Drahtlos-Adapter CarLink Kit Mini. Ein kleines Gerät, ich blende euch das hier ein, so in der Größe einer Box von Apple AirPods, verbindet sich automatisch Wireless, also Drahtlos, mit dem iPhone und stellt alle Funktionen bereit, die auch drahtgebunden über das iPhone zur Verfügung stehen. Nämlich zum Beispiel Google Maps, Podcasts, Radio-Apps, Spotify, alles Mögliche. Eine super Sache, aber ich habe eine günstige Alternative gefunden. Denn der CarLink Kit-Adapter, der kostet so günstigstenfalls, wenn man den irgendwo schießen kann, so um die 55 Euro. Je nachdem, ob noch Versand dazukommt oder nicht. Ich bin dann aufmerksam geworden, beziehungsweise man hat mich angeschrieben und hat mir einen Adapter gezeigt, der noch mal günstiger ist. Knapp die Hälfte des CarLink Kit-Adapters. Ja, und es gibt noch mal 10% drauf. Zum Zeitpunkt des Drehs war noch nicht klar, welcher Code, wie hoch, sonst was. Und jetzt ist klar mit dem Code FRANKD. Ich blende euch das hier unten ein. Und über meinen Link bitte bestellen, dann gibt es 10% für euch noch mal auf den Verkaufspreis. Das ist doch eine faire Sache, oder? Das ist der ZN-Adapter. Ich blende euch das unten ein. Das schreibt man ZHNN, bespricht es wohl auch so aus mit ZN oder ZHNN. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zum Zeitpunkt des Drehs gab es zwei Links. Einmal den zur ZN-Homepage. Dort ist der Adapter bestellbar für 30 US-Dollar. Kostenloser Versand per China Mail. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich habe es nicht ausprobiert, weil der Hersteller hat mir ein Gerät zur Verfügung gestellt. Es gibt aber auch einen Link zu Amazon. Aber wie gesagt, zum Zeitpunkt des Drehs war der Vorrat auf Null zurzeit nicht verfügbar. Ich denke aber, dass es bald da kommen wird. Worum geht es in diesem Video? Ich zeige euch diesen ZNN-BENIS-Adapter. Das ist das kleine Gerät. Seht ihr nicht viel größer als, wie soll ich sagen, so ein Silvi-Pad, so ein Magnet-Pad. Anschluss USB-A auf USB-C. Immerhin ist man schon mal so weit. Das ist eine gute Sache. Und ich zeige euch noch mal ganz kurz dazu im Vergleich ein paar Ausschnitte aus meinem Vergleichstest mit dem Carling Kit Mini-Adapter. Wenn man sich die mal anschaut, da ist ein Größenunterschied vorhanden. Allerdings in der Dicke ist der, so jetzt stellt er scharf, allerdings ist hier in der Dicke der ZNN ein bisschen schmaler und fällt auch weniger auf durch seine schwarze Farbe. Das geht jetzt hier ziemlich schnell. Ich werde gleich den Gimbal umbauen. Wir schauen uns dann an, wie die Geräte mit dem Alpine hier funktionieren, wie Carplay funktioniert und auch wie Android Auto funktioniert. Das sieht nämlich genauso aus. Ja, wie funktioniert jetzt der ZN-Adapter? Hier ist das Gerät. Hier ist mein Navi. Hier oben seht ihr mein Handy. Also das ist jetzt hier im Moment ein iPhone. Mit Android Auto probieren wir das auch gleich aus. Und ich schwenke mal kurz runter. Hier unten in diese USB-Buchse hat die einbauende Firma damals den Anschluss, den USB-Anschluss vom Alpine hier nach draußen verlegt. Das heißt, wenn ich da einen USB-A-Stecker einstecke und das mache ich jetzt, dann kriegt die Adapterkiste hier von Sinn, kriegt, da haben wir es, kriegt dann Strom. So, jetzt gucken wir mal und da haben wir schon Android Auto verbunden. What? Das will ich aber jetzt nicht, weil ich ja gerade das mit dem iPhone zeigen will. Ja, und ihr seht jetzt einen Vorführeffekt. Ich finde das total interessant. Also, mein Android-Phone, das liegt hier. Das hatte ich jetzt hier auf dem Seitensitz liegen. Leck mich doch am Arsch. Okay, also der Adapter hat sich jetzt automatisch verbunden, obwohl er das eigentlich nicht tun sollte. Ja gut, dann probiere ich es mit dem iPhone. Ich stecke also den Adapter an den Strom an. Und, ja, sobald ich das einstecke, man muss das also auch gar nicht irgendwie groß hier pairen mit dem Alpine. Pairen muss man das einfach einmal mit dem Handy. Jetzt gehe ich hier mal bei mir auf das. Ja, Frank, war wohl nichts. Hat sich nicht verbunden. Nicht automatisch. Also, beim Android ja, beim iPhone jetzt nein oder wie? Ach, ey. Dieser Syn-Adapter hat eine Eigenschaft. Und zwar ist es die, dass man sich normalerweise manuell damit verbinden muss. Wenn ich das jetzt hier ausmache, das Alpine, und ich schalte das wieder ein, komme also irgendwie in mein Auto, packe mein iPhone dahin, der Adapter ist eingesteckt, dann kommt normalerweise der Hinweis, bitte verbinde dich per Bluetooth mit dem Adapter. Ja, das ist der Unterschied zum Carlink-Kit Mini. Der Carlink-Kit Mini, wenn alles funktioniert, verbindet sich automatisch. Und wenn ich jetzt hier, hier steht zwar schon Apple CarPlay, wenn ich hier drauf drücke, auf Apple CarPlay. Tja, habe ich jetzt trotzdem verbunden. Leute, so kann ich doch nicht arbeiten. Ja, kurze Unterbrechung. Und ihr wurdet Zeuge eines, wie soll ich sagen, unkalkulierbaren Verhaltens, was aber nicht schlimm ist. Ich habe hier beide Adapter. Bisher hatte ich diesen Carlink-Kit Mini-Adapter. Der hat sich immer automatisch verbunden mit dem iPhone. Ab und zu nicht. Da hatte ich, das seht ihr in diesem Video, was ich verlinkt habe am Anfang, da hatte ich gedacht, das liegt vielleicht irgendwie am iPhone. Das kann ich immer noch nicht ausschließen. Auf jeden Fall war es so, ich bin eingestiegen. Das Ding hat sich verbunden. Gut, dann wieder zwei Tage lang musste ich wieder manuell verbinden. Auch okay, insgesamt hat es aber gut funktioniert. Dann habe ich den Syn-Adapter bekommen, habe den eingesteckt und bin damit ein paar Tage rumgefahren. Und ich schwöre, bei jedem Einsteigen ins Auto, musste ich erst wieder kurz in die Bluetooth-Einstellungen gehen und das Handy mit dem Adapter verbinden. Habe dann den Hersteller angeschrieben und der hat gesagt, na, das ist ein Feature, denn es gibt User in den USA, die nutzen diesen Adapter in mehreren Fahrzeugen und das wäre dann einfacher, wenn man das in den Fahrzeugen immer manuell verbindet, weil er sonst unbedingt nach der alten Bluetooth-Verbindung sucht. Na gut, habe ich gesagt, das ist doch ein Feature und kein Bug. Jo, da haben wir uns drauf geeinigt. Ich stelle das so raus. Das ist kein Problem. Ihr wisst, ich bin ehrlich auf meinem Kanal. Ich bringe das auch raus. Ansonsten hätte ich abgelehnt, dieses Video zu machen. Was ihr gerade gesehen habt, tja, das war genau der Vorführeffekt. Ich habe den Syn-Adapter eingesteckt und schon hat er sich mit dem Android-Phone verbunden. Dann habe ich bei Android das Bluetooth abgeschaltet, das Gerät oder das System hier neu gestartet. Habe einmal den Syn-Adapter mit dem iPhone verbunden. Auch das habt ihr gerade gesehen. Habe dann das Alpine ausgeschaltet und so simuliert, als würde ich mit eingeschaltetem Bluetooth am iPhone in mein Auto kommen, mache das Alpine an und muss dann verbinden. Was passiert ist, der Syn-Adapter hat sich automatisch mit dem iPhone verbunden. Das ist mir schon zwei, dreimal passiert. Gut, da habe ich gesagt, also was jetzt? Ich kann euch ja nicht sagen, der eine macht dies, der andere macht das. Es ist ein bisschen ein Glücksspiel. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so what? Wenn man damit umgehen kann, dann haben wir hier 55 Euro und hier haben wir 30 Euro, also knapp die Hälfte. Ihr dürft jetzt entscheiden, was ihr kauft. Und falls das jetzt alles etwas verwirrend war, wie, was, wann, warum, zeige ich euch nochmal ganz kurz, was passiert, wenn ihr den Syn-Adapter einsteckt, in den USB-Port von dem Navigationsgerät, was man dann am Handy erledigen muss und wie man sich zum ersten Mal verbindet. Aber das Weitere, ja, ist dann ja Zufall. Nachdem ich den Adapter eingesteckt habe, gehe ich bei mir im Handy in die Bluetooth-Einstellungen und dann erscheint hier auch der Be-Nice-Com 1. Der ist natürlich beim allerersten Verbinden irgendwo mal hier unten bei anderen Geräten, wenn ihr eure Geräte noch nicht gekoppelt habt. Ich tippe dann da drauf. Und jetzt ist Frank 13, habt ihr gerade gesehen, verbunden. Der kleine Nachteil dabei ist immer, wenn dieses Wireless CarPlay kommt, und dann, das seht ihr hier oben, kann ich kein WLAN mehr hier empfangen. Das heißt, im Auto mein Router, der sendet still vor sich hin. Das Handy zieht die Daten jetzt über die eigene Antenne. Nach der Verbindung mit dem Alpine Navi erscheint dann hier auch bei dem Be-Nice-Adapter nicht verbunden. Trotzdem habe ich jetzt hier unten Apple CarPlay stehen. Da gehe ich jetzt drauf. Ja, und dann habe ich hier meine Apps. Wer CarPlay kennt, da kann man hier, wie auf dem iPhone selber auch, durch die verschiedenen Apps gehen. Ich suche jetzt mal Google Maps auf. Gehen wir mal hier oben auf Google Maps. Und ich gehe jetzt hier irgendwo rein. Neureder Straße 14, Route. Dann sagt er hier, in CarPlay starten. Und dann habe ich das hier. Ihr seht, das geht verzugslos. Das ist sehr einfach. Der ist stylisch, der ist schick, der macht sich schwarz, verschwindet er auch optisch hier in der Ladeschale und alles weitere passt. Wenn ich einen Podcast zum Beispiel hören will, dann halte ich allerdings eine Verzögerung, die ich beim CarLinked Mini-Adapter ebenfalls habe. Ich lasse das mal hier laufen. Er hat aber auch schon andere Labels für Sie. Die ist zum Beispiel der Border SAR. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe auf Pause gedrückt und es dauert zwei, drei Sekunden, bis er stoppt. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Auch schon andere Labels für Sie. Genau. Die ist zum Beispiel der Border SAR. Es dauert einen kleinen Moment, bis die Audio-Übertragung über Bluetooth verschwindet. Da ist eine kleine Latenz drin. Das kennt ihr auch von Kopfhörern, von Apple AirPods zum Beispiel. Oder auch andere Kopfhörer dürften auch mit einer Latenz leicht zu kämpfen haben. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ja, und ansonsten, das war es eigentlich schon. Beide Geräte bieten eigentlich den komplett selben Funktionsumfang. Den habe ich in dem ersten Video gebracht. Android Auto oder auch CarPlay von Apple wird verzugsfrei dargestellt. Ich kann alle Apps laufen lassen, die ich auf dem Handy, sagen wir mal, die für CarPlay geeignet sind, auch laufen lassen kann. Oder für Android Auto. Ich kann darüber navigieren. Ich kann Podcasts hören. Ich kann Internetradio hören. Ja, ist eine gute Sache. Ich kann auch sogar WhatsApps mir vorlesen lassen. SMSen bzw. iMessage-Nachrichten von Apple. Und so läuft das jetzt. Und eigentlich brauche ich jetzt hier gar nicht groß weiterdrehen. Denn, ja, ihr startet euer System, steckt den Bluetooth-Adapter ein. Also diesen Benies oder Syn oder auch den CarLink-Kit Mini. Oder er ist schon eingesteckt und dann verbindet es sich oder es verbindet sich nicht. Finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Wenn man das weiß und in Kauf nimmt, dann passt das. Und somit habe ich eine Kaufempfehlung wirklich für beide. Ja, selbstverständlich für beide. Weil beide bieten dasselbe. Bloß der eine ist halt ein bisschen teurer, ein bisschen anders gestylt. Aber sie können dasselbe. Und nicht vergessen, 10% wenn ihr über den Link unten bestellt, den ich unten eingeblendet habe. Auch in der Videobeschreibung aufrufbar. Was meint ihr? Welchen würdet ihr nehmen? Lasst es mich wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr von China Gadgets haben wollt, dann habe ich hier unten für euch eine Playlist. Und hier oben habe ich eine Spülmaschine getestet. Für einen Camper. Unglaublich, aber wahr. Ansonsten bleibt mir gewogen. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao. Servus. Das ist der Frank.